meine freunde damit willkommen zu einem neuen video heute mal mit cobra kai so starten das spiel slot 1 zu halten boys stop i said stop stop all i hear are crazy rumors of brawls with flaming punches and freezing kicks absolute nonsense right but i get to school and what do i find complete chaos with you two beating each other over it but it's all true mr lopez well not everything because eli here keeps bending the facts he's been brainwashed ever since joining cobra kai shut up miyagi nerd do you want another fist to the nose enough look unless you're looking for a suspension stop yelling stop fighting and start making sense now from the beginning select your dojo wenn du dein dojo hier überholen uns miyago oder miyago welcome to the miyagi do dojo skelett aus der vergangenheit well everyone knows the power of love is a curious thing right don't you dare say i can change a hot into a little white dove whoa insecure much i meant to say sam has a soft spot from miguel so when a strange note came in she thought it was his miguel hey wait but it wasn't really a cute invite oh look who's here if it isn't the daughter of that old timer all valley karate champion you take one step closer and i'll show you what i learned from him okay geht los äh ertx so 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 is that how you treat a fan what i don't have any fans really but you got our fan mouth we got a little fan service for you like father like daughter remember your training keep moving so 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 ah oh so 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 Wow! Ich habe wieder einen zweiten Kurs. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Halt den persönlichen Kasten und schrauben den Kasten. Use deinen Kasten. Die Kasten müssen sich umsetzen, bevor du sie wieder benutzen kannst. Und alle vier Tasten gleichzeitig, oder was? Ach ne, einen. Ach, T halten. Okay. Okay. Ultimate combo. So. Yeah, nice. Ha! Wie ein Ding ins Gespräch. Ach so, da ist der Ausweich. Ah! 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 Ha 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 ha! Ah! 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 LB ist jetzt mit mir Brauche ich diese Coins, kann ich dir was kaufen? Keine Ahnung. Die Coins sind keine Chance. So, das ist Fuzzisadon. 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 Sicherheitsmann. So, das ist Fuzzisadon. So, das ist Fuzzisadon. Ahahahah! Rows in peace! einfach aus dem bildschirm geworfen krass ja daniel ist der kumpen beigetrieben wechsel jeder die karte zeit den charakter okay okay yeah 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 icicle yeah 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 Bis zum nächsten Mal. Über 35 Jahre von Skeleton-Nonsens. Alter! 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 Icicle Fury! Alter! 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 I'll talk more about that. Ja, bin ich mültig mit dir. 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 Voll in die falsche Richtung. Ja, die wird auch ein paar stärker. Ja, ey. Ja, ich bin mültig mit dir. 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 Ich bin mültig mit dir. Ja, 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 ich bin mültig mit dir. Oha. Hä? Was ist das denn jetzt auf einmal? Ah! Take that! Oof! Ah! Ah! Take that! Ah! Ah! Take this! Take that! Mit L.T. wechselt sich irgendwas. Ach so. Hä? Was ist denn das? Auf geht's. Wacht auf! Brees! In the Ennsberg! Turns out you, our chick fights like a champ. Yeah, daß mein Attitude in that Traitor Robby. Too bad, she's on the wrong side. Oh, wow, ich habe mir die Saison abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen in Miyagi-Do Dojo. Das ist unser Hafen, wo du deine Kata fokussierst und musstestierst du für was zu kommen. Great, cool. Es gibt mehrere Herausforderungen, um zu erreichen und zu bekommen. Geht in der Sand Circle, um sie zu checken. Sweet! Du möchtest schauen, die Collectibles Area in der Garden Shrine, um alles, was du hast so weit gesehen. Du kannst deine Karate Tokens verbessern, deine Stats, Charakter und Dojo-Skills. Okay, Charakterverbesserung. Okay, wir haben hier also auch einen Skillbaum. Führt einen schnellen Wirbel aus. Spallfaust. Jegliche Nahrung erhält dieses Dojo. Die Rate. Verstärkt den kritischen Schaden dieses Dojo-Mitglieds. Kostet mich das Geld oder was? Oh ja. Trifft den Gegner ein weiteres Mal. Hm. Interessant. Interessant. Da unten kann ich wechseln von den Charakteren. Ups. So, was gibt es sonst noch? Move Auswahl. Da. Sandkreis. Sandsack. Dojo-Verbessern. Guck mal. Sandsack. Achso. Der Sandsack ist das hier. Dojo-Verbesserung. Achso. Das ist wieder was anderes. Aufträg poliert. Krass. Deswegen muss man so viel Geld sammeln. Okay, was haben wir noch? Sandkreis. Neue Herausforderung. Neue Herausforderung. Du musst die Kriterien erfüllen und die Mission abschließen. Mein Dojo. Erledige 10 Gegner bei der beliebigen Dojo-Fertigkeit. Okay. Dann haben wir noch Gartenschrein. Für die Galerie. Okay. Das war's. Verlassen. Okay. So. Das ist dann mal eine kleine Übersicht darüber. Das ist in Street. Mørison Street. Wo sie kommt. Ach. Doch waren wir nirgends wo oder was? Doch da waren wir Minigolf im Spielhalle waren wir. so ich kann jetzt nur hier dahin gehen geht nicht dafür muss sich hier weiter zu spielen okay hier bin ich erstmal diesen part mal gucken ob wir das weiter spielen oder nicht mal sehen alles klar bis zum nächsten mal auf wiedersehen